Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück heute mit EOS. EOS ist eine weitere Kryptowährung, die sich auf Smart Contracts spezialisiert hat und so ziemlich die einzige, die eine GIF als Logo hat, welche ich übrigens verdammt geil finde. Genau, EOS ist weiterhin Smart Contracts, das heißt quasi eine Verbesserung von Ethereum und mittlerweile ist EOS wirklich gut geworden und auch wirklich berühmt geworden. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich Nummer 3, die ich hier vorstelle. Auch wenn man jetzt nach Bitcoin und Ethereum nicht unbedingt davon sagen oder davon ausgehen kann, dass EOS wirklich die Nummer 3 ist, das ist jetzt ein bisschen eher so mein aktuelles Empfinden, was sich recht schnell ändern kann. Nummer 1 und 2 sind recht eindeutig, Nummer 3, ja, da kommt so einiges auf einmal. Und ja, aus diesem Grund möchte ich einfach mal ganz kurz hervorheben, was quasi so ganz besonders ist bei EOS. Das heißt, wir haben auch hier wieder Smart Contracts und Distributed Apps. Das ist bei EOS auch wieder sehr, sehr wichtig, denn ja, das ist im Endeffekt das, was man mittlerweile von der Blockchain erwartet. Das heißt, neue Technologien sollten schon mehr sein als nur eine normale Währung. Sie sollten Smart Contracts sein, wo dann quasi festgehalten wird, okay, derjenige kauft ein Haus und er kauft das für 128.000 EOS oder sowas. Und ja, dann kann man das in dem Smart Contract bzw. in einer Distributed App festhalten. Außerdem kann man Spiele programmieren, Gewinnspiele etc. etc. Das ist einfach nur quasi ein Bonus obendrauf, den man für eine Währung eigentlich nicht unbedingt bräuchte, aber den mittlerweile viele Kryptowährungen tatsächlich gehen, weil es eben Krypto oder Blockchain 2.0 ist. Und in dem Fall kann man jetzt eigentlich fast schon Blockchain 3.0 sagen, weil es ja Smart Contracts 2.0 ist. Also ja. Außerdem hat man bei EOS keine Transaction Fee. Das liegt an dem System, mit dem sie sozusagen neue Blöcke erstellen. Das ist aber gleichzeitig ein negativer Punkt, denn dieses System umfasst nur 21 Blockersteller pro Zeitraum. Alle anderen werden nicht eingebunden in die Erstellung von einem neuen Block. Und die werden halt regelmäßig durchgecycelt, so nennt sich das. Das heißt, die wechseln zwar regelmäßig, aber trotzdem hat man eben nur 21 Ersteller pro Zeitraum. Was häufig als unsicher gilt, man hätte schon ganz gerne mehr Leute, die an dem Erstellungsprozess beteiligt sind. Zum Vergleich, bei Bitcoin sind eigentlich, oder auch bei Ethereum sind alle beteiligt gleichzeitig. Und das ist ein recht interessantes Konzept, was aber nicht unbedingt zu dem Besten meiner Meinung nach gehört. Aber ja, ist halt ein Konzept und man hat es natürlich nicht wirklich überprüft. Das hat man bei eigentlich keiner Kryptowährung bisher wirklich getan, ob das auch wirklich sicher ist. Aber, also im Nachhinein hat man das getan, aber nicht bei der Erstellung von der Kryptowährung. Genau. Aber das resultiert natürlich darin, dass man quasi keine Kosten hat, wenn man irgendwas überweisen möchte. Sehr cool. Das spart natürlich einiges. Zum Beispiel bei Bitcoin waren mal die Preise für eine Überweisung auf über 20 US-Dollar oben. Das geht natürlich gar nicht, wenn man das regelmäßig traden möchte oder einfach auch nur regelmäßig irgendwas damit machen möchte. Also es als Währung benutzen. Das heißt, hier ist die Kryptowährung dann natürlich auch deutlich überlegen im Vergleich zu Bitcoin. Außerdem hat man ein Voting-System für Protokolländerungen implementiert. Das heißt, wenn irgendwas an EOS geändert wird, also zum Beispiel die Block-Size wird erhöht, zum Beispiel also jetzt nur als eine Sache, die man eben ändern könnte. Oder es wird irgendwas in der Sprache für die Smart Contracts geändert, dann wird das dem Netzwerk sozusagen vorgeschlagen. Und das Netz selbst, also quasi jeder, der mit EOS irgendwas zu tun hat, darf dafür oder dagegen voten sozusagen. Und das ist ganz cool eigentlich. Man muss es natürlich nicht tun, aber man kann es tun. Und das ist eine super Sache, um die Community mit einzubeziehen, die auch natürlich diese Kryptowährung gegenüber anderen hervorheben kann. So, jetzt allerdings natürlich trotzdem man, also ich habe es jetzt hier auf die positive Seite geschrieben, die Kryptowährung ist leicht inflationär. Das ist dazu da und das ist gleichzeitig positiv als auch negativ, genauso wie das Deflationäre bei Bitcoin. Das ist dazu da, um tatsächlich sicherzustellen, dass diese Transaction-Fees, die ich gerade erwähnt habe, auch wirklich bei Null bleiben. Das heißt, jeder bekommt einfach immer, wenn er einen Block erstellt, einen gewissen Betrag an EOS überwiesen. Bei Bitcoin, wie gesagt, aktuell 12,5 Bitcoin. Aber das wird immer weniger und weniger und weniger und irgendwann sind wir halt mal bei Null. Bei EOS ist das immer genau gleich. Es werden immer x EOS überwiesen. Ich weiß leider den aktuellen Betrag nicht genau. Und das bleibt einfach immer gleich. Das heißt, es werden aber auch gleichzeitig immer neue EOS-Coins sozusagen geschaffen. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen im Preis zu sehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel immer neues Gold finde, dann sinkt auf Dauer mein Goldpreis natürlich immer mehr. Oder wenn man es auch bei Euro oder bei Dollar sieht, wenn ich immer mehr neue Euros drucke, dann sinkt natürlich der insgesamte Wert von Euro immer weiter runter. Das hat Bitcoin versucht eben zu umgehen, indem sie eine deflationäre Währung geschaffen haben. EOS sagt, das ist uns egal, das machen wir trotzdem. So bleiben die Transaction-Fees einfach auf Null. Im Endeffekt wird dadurch aber jedes EOS ein kleines bisschen weniger wert jedes Mal, wenn neue geschaffen werden. Gut. Außerdem, die Blockchain ist nur mit einem Fullnode einsehbar. Nun, das ist eigentlich sogar fast normal. Man kann selten, also es gibt auch Lightweight-Clients, so nennen die Dinger sich, da kann man dann einfach nur ein Wallet quasi tragen. Und man kann Überweisungen tätigen, man kann Geld empfangen, man kann quasi alles machen, außer die Blockchain anzugucken. Das ist eigentlich bei fast allen Kryptowährungen so, aber manche Kryptowährungen haben es geschafft mittlerweile, dass man eben auch alle Blockchain-Elemente angucken kann, indem man sie einfach von einem Fullnode abfragt. Aber man ist natürlich trotzdem abhängig von diesen Fullnodes. Bei EOS geht das gar nicht. EOS hat tatsächlich nur die Möglichkeit, dass man eben einen Fullnode installiert und dann hat man Zugriff auf die ganze Blockchain, ansonsten eben nicht. Vielleicht kommt es doch in der nächsten oder in der näheren Zukunft, das weiß man nicht so genau. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.